Leute, guckt mal wo ich bin, im Treppenhaus und nicht in unserer Wohnung, weil wir uns aufgesperrt haben. Wir haben einen Schlüssel, aber wir kommen nicht rein, weil der Schlüssel von innen steckt und es so eine Tür ist, wo das dann nicht mehr von außen auf geht. Bei mir ist das nicht so, bei den Nachbarn hier ist das auch nicht so, die waren auch gerade richtig verwirrt und bei Tina ist das auch nicht so. Danke für eure Tipps Leute, aber leider habe ich weder Karten noch irgendwas anderes dabei, um die Tür zu öffnen und wir haben aber schon einen guten Schlüsseldienst angerufen und der kostet nur 30 Euro oder 25 Euro oder so. Deswegen, der kommt in 20 Minuten und macht uns kurz die Tür auf. Danke Aron. Wir sind schon wieder drin, ohne den Schlüsseldienst. Ich habe alles gebaut, also könnt ihr dann sehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020